Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Ganz schnell kann es momentan gehen und auf einmal ist man mitten im Schneegestöber oder teilweise sogar im Schneechaos. Jetzt steht der Winterdienst an. Die Winterdienstpflicht ist leider bei uns in Deutschland nicht einheitlich geregelt wie so vieles. Die jeweiligen Räume und Streuzeiten stehen meistens entweder im Landesgesetz oder in der Ortssatzung der Städte und Gemeinden. Ich habe es so gemacht, bei Google eingegeben, Streupflichtverordnung, Schrägstrich Schneeräumen plus statt XY und schon wurde ich ziemlich schnell fündig. Also das, was ich jetzt in dem Video sage, bezieht sich auf das, was bei uns vor Ort gilt. Allzu viel Schnee, können wir sehen, gab es nicht. Dennoch muss der Gehweg werktags von 7 bis 20 Uhr frei sein, so wie Sonn- und Feiertags von 9 bis 20 Uhr. Also sonntags kein Problem, da könnt ihr dann ruhig mal noch eine Weile länger schlafen. Bei starken Unwiederkehren im Schneefall muss man allerdings auch mehrmals am Tag dann wieder raus und spätestens innerhalb einer Stunde nach jedem beendeten Schneefall schippen. Ja und wenn für die Nacht Glatteis angekündigt ist, darf nicht bis zum nächsten Morgen gewartet werden, sondern es muss vorbeugen gestreut werden. Jetzt die interessante Frage, wenn ich hier schon am Werkel bin, wer muss denn schaufeln oder streuen? Straßenanlieger, im Sinne unserer Satzung, sind es die Eigentümer und Besitzer der Grundstücke. Mieter müssen erstmal gar nichts machen, insofern es nicht in der Hausordnung oder Mietvertrag geltend gemacht ist und letztendlich haftet meistens sowieso der Eigentümer. Bei einem einseitigen Gehweg auf der anderen Straßenseite bin ich nicht zuständig, aber ich denke, das ist relativ logisch, dass ich nur auf der Gehwegseite, die auch an meinem Besitz ist, dann eben entferne oder in der Pflicht stehe. Der Gehweg, der ist in Meterbreite zu räumen, vielerorts sind es auch wohl schon 1,50 Meter. Wohin mit dem Schnee, wenn der Gehweg sehr schmal ist? Am Rand der Fahrbahn ist bei uns in Ordnung, aber auch da gab es schon Strafen, auch das ist extra bei uns geregelt. Und zum Thema Streuen, wir haben hier so abstumpfendes Material wie Sand, Splitt, Granulat oder Asche, das ist erlaubt. Aber ja, von der Wirksamkeit her bin jetzt ich nicht so wirklich von dem hier überzeugt. Salzstreuen ist bei uns verboten, eben wegen dem Einsickern in den Boden und fürs Grundwasser sehr, sehr umweltschädlich und man möchte die Böden vor übermäßigen Salzeintrag schützen. Die sind immer noch käuflich, Salz- oder salzhaltige Streustoffe und man darf sie auch verwenden an steilen Gefällsstrecken, wenn man da die Glätte nicht anders beseitigen kann. Ja, rechtlich stelle ich mir das im Nachhinein ein bisschen schwer vor zu beweisen oder zu widerlegen, dass da Glätte vorhanden war oder eben nicht. Da gab es auch ein Urteil vom Oberlandesgericht Hamm, da hat eine Frau wohl Hobelspäne gestreut und eine andere Person ist dann letztendlich gestolpert. Und es wurde entschieden, Hobelspäne sind kein geeignetes Streumittel, also da bitte auf der sicheren Seite sein und bei euch in der Satzung reinschauen. Denn dieser Blick kann sich auch beim Thema Bußgeld ordentlich lohnen. Hier variieren die Bußgelder beim Verstoß gegen Räum- und Streupflichten teilweise von 500.000 bis 50.000 Euro. Ich habe das erste Mal gefühlt seit 20 Jahren Schneeengel gemacht, war toll. Wenn das Video euch gefallen hat, gerne dürft ihr mich nach oben da lassen. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.